bereit und los alles was ihr wünscht heißt das gebäude ist verstanden meister ich bin unwürdig ihr könnt schon mal unix turm errichten ja von mir aus hier sie belagern und gestärbt das gut also ja steile brauchen wir nicht unbedingt noch einen zweiten stein mit meist das gebäude ist fertig schließt die reihen gut haben wir genug ja wir haben genug für eine schwarze schule danke meister das gebäude ist fertig danke okay platz wird langsam eng also ich werde wahrscheinlich fünf mit kommandum fünf hexen meister hier oben stationieren ab 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 Okay. Tag. Tag. Ich bin unwürdig. Gut, ihr könnt jetzt Mondsilver abbauen. Oh cool. Der will gleich schon. Sie sind schon in der Stadt? Verstärkt die Deckung. Auf die Plauze. Dann kommt das Rakanum eben hier drüben hin. Haben da ja noch genug Platz. Und dann da noch die... Das große Haupthaus. Und hey, wir können unsere Ersten... Noa macht uns stärker, Meister. Das ist übrigens lustig. Die Hexenmeisterforschung ist im Arka... In der Schwarzen Schule. Und im Arkanum ist die Nekromandenforschung, soweit ich weiß. Feindlicher Angriff! Ich glaube auch nicht, dass wir eine volle Armee brauchen. Ich glaube so 60 Units werden reichen. So 20 Nahkämpfer und 40 Magier. Ich mag hier. Ich mag hier. Ich mag hier. Ich mag hier. Großes Haupthaus. Ja, Meister. Meister, ein Überfall auf die Stadt! Und da versuchen wir vielleicht noch hier und hier jeweils einen Hexenturm hinzuquetschen. Falls die Vorderen nämlich dann irgendwann eingerissen werden. Wir kriegen ja immer mal wieder eins auf die Plauze. Und ja, hier ist Nors. Ist lustig, das Arkanum hat eigentlich nichts mit Nekromanden zu tun, aber die Nekromandenforschung ist dort anstatt in der Schwarzen Schule. Und das ist nichts. ja das kann ich auf jeden fall wissen haufen und macht uns stärker meister ich weiß ich finde auch dass die dunkle einheit das was sie können schlagt sie zurück so teuer sind sie sind überall haltet durch männer verstärkt die der kopf sie zurück sie sind überall gut ja du nervensäge verteidigt euch meister das gebäude ist fertig na ich kann ihn nur hier hinten ein errichten aber machen wir das mal und der letzte der richtet mir schon die pilzfarm habt geduld meister ja direkt fürs monument warum nicht nein meister das war nicht die idee die ich hatte lieber hier das ist leicht es sollte dann immer noch genug platz sein vielleicht noch die schattenflügler meister das gebäude ist fertig fünf nekro mann und die schattenflügler da oben sollten eigentlich reichen das der von kommt weg So, letzter Turm. Ah, kann ich vergessen. Kann auf der Lava nichts bauen. Also, von daher... ...häfft ihn mal. Halte durch, Männer! Feindlicher Angriff! Meister, das Gebäude ist fertig. Oder ich lasse meine Helden da unten und sie einfach nur mit meiner Armee in den Krieg. Das könnte man auch machen. Also, fürs Erste. Ja, ja! Ja, wahrscheinlich sogar geschickter. Das ist eine der wenigen guten Sachen, die... Nur, er macht uns stark, Herr Meister! Ist nicht so teuer wie andere, aber... ...sind halt Brot und Silber. Und Arja. Die das Ding verbraucht. Das Ding, das ich absolut nicht leiten kann. Hm, aber nicht mehr lang und ich bin Level 44. Das geht gerade echt Hand in Hand mit den Level-Ups. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, da kommt Von hier aus ein kleiner Angriff diesmal Also ja, die Angriffe fangen an, besser gesagt So, erst mal dich ausbilden Uh oh So, erst mal die Angriffe fangen an, besser gesagt